So Leute, ich bin grad mega aufgeregt, weil ich hab mit Max gestern ein Video hier hochgeladen, ein Let's Draw Video Teil 7. Es hat 29 Minuten gedauert und das Problem dabei ist, es ladet sich einfach nicht herunter, es funktioniert nicht. Und wir haben extra so eine Scheiße gemacht und wir versuchen nächstes Mal bei einem Let's Draw Video die siebte Folge nochmal zu machen, aber nicht so lang, weil das hält jetzt einfach nicht aus. Ich versteh das nicht. Es ging nicht, also deswegen ist die Let's Draw Folge nicht rausgekommen. Die war so perfekt, die Folge, ja, die war einfach perfekt, aber ja, kam nicht raus, tut mir leid. Boah, ich fand die so gut, die ist so gut gelungen. Ja, tschüss Leute, bis morgen.